Ich hab Film, ich hab Film schauen. Wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Jasmin Böschke. Ich bin meine 13 Assistentin. Ich heiße Kategorien und mache mir jetzt den Graschen und Sport. Ich zeig euch ein bisschen, was Technologie und Sport und viel mit dem Gesundheitswesen auch zu tun haben. Und vorab erstmal, ich komme vom Berufspflicht Stadtmitte aus Müller, in der Nähe von Düsseldorf, aber auch von Essen, vielleicht kennt ihr das jemand. Wir haben zwei Standorte. Einmal ein Standort für die Gesundheitswesen und die Zerans. Frau und ich dann einmal die Technologien, von denen die ganzen Kärschancen kommen. Ja, wir werden von Cisco gespandert, eine reflektische Firma. Ja, dann... Ja, mal los. Also wir haben hier im ersten Gerät, das unser Mittel ist, wo verschiedene Hinsorien angeschossen haben. Einmal hier zum Beispiel einen Kraftmissart, der ist ganz wichtig. Da kann jeder mal schauen, wie stark er ist. Wir können das auch alle gleich mal ausprobieren. Vielleicht wollen wir das einmal demonstrieren und das Reitenlegen nach vorne holen. Jemand Lust? WIck guy, wo PAC! Ja, da wird kein Kost!" Ich glaube Sch buffert! Ich bin kein Kost! Wie das ja jetzt steht,成iame Schuhe, ich das jetzt auch da... Ist das noch mal lauf? die die Zuschauer schon loslassen wird. 44,13 Kilogramm. Einmal Applaus an den Händen. Unser Messe-Rekord hat gestern jemand auf dem Stil von 68 Kilogramm. Also falls das jemand gleich mal toppen möchte. Ja, wir haben noch verschiedene Anfragen aufgebaut. Einmal hier ein Kultmesser. Der wird auch oft so gesehen, als jetzt nicht in der Form gesucht. Es ist eigentlich noch ironisch, mit normalen Fingertassen sich auf die Zeit zu schauen. Der ist ganz lustig, da kann man auch nochmal mal schauen. Einmal im Kultzustand, jetzt sind später, wenn ich ein bisschen später vielleicht habe ich nie wollte da Liegestütze. Dann haben wir ein EKG. Wissen Sie, was ein EKG ist? Bestimmt schon mal jeder irgendwie gehört oder beim Arzt mal gesehen. Dort werden, ja, die Herzkirne aufgeteilt. Da sieht man, ob das Herz regelmäßig steht. Ob man eine VR-Erkrankung hat, ob die Herzinfarkt hatte. Ja, eigentlich auch ein Stück. Wenn man auch gleich alles noch machen. Dann haben wir hier eine Luftpokonschette. Kennt ja auch eigentlich jeder. Da gehe ich mal von aus. Ja, das wird halt auch in unseren Arzt und Krankenhäusern verwendet. Was auch sehr wichtig ist. Um halt zu schauen, ob das Herz auch wirklich richtig stimmt. Und auch nicht stark. Was ist das denn, ja? Ähm... Warum? Haben Sie irgendwelche Fragen dazu? Irgendwelche... Interessen? Wenn Sie wollen, können wir das jetzt alles mal ausprobieren. Und dann kann ich Ihnen hier nochmal einen einzigen Arzt machen. Die verbunden sind? Jemand los? Keine Ahnung. Wo ist es? Mach mal was. Geh mal, geh mal was zusammen. Was? Geh mal da lang. Jemand los. Die, 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 die mit mir machen. Ja... Die, 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 die nicht. WOLT-POCHSCHEG. Ist das ein Scherf? Und hier auch mal zu filmen? Also normaler Fuß ist normalerweise so zwischen 60 und 80. Hier wird dann meistens stärker angezeigt als zwischen 90. Das ist hier jetzt normal. Also wenn man ein bisschen aufgeteilt ist. Mit dem Schuh bei ihm auf 120. Und am 14. Zum Beispiel sportliche Aktivitäten kann der natürlich auch nur so zu höher sein. Zum Beispiel bei Junger. Wenn man vier ist nicht je nach wiegesprochen. Vielleicht bleibt man daran zu seinen Schloss drin. Liegestütze machen. Ich muss dich jetzt noch raus sitzen, damit das ein Gesicht machen kann. Nein, Spaß! Vielleicht nochmal ein bisschen auf die Stelle laufen oder so? Noch ein kleinmal ein Stückchen. 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 Ok. Das haben wir jetzt auch gestürzt. Für später. Achso. Das merkt man, also viel höher ist der jetzt nicht geworden, 133 bis her. Vielleicht haben wir noch nicht genug gemacht. Ist der Mogel oder so? Wollen Sie auch? Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.